Klotzen, nicht kleckern, Dennis lässt es krachen. Wir achten halt darauf, dass wir es brutal anrichten, dass es geil aussieht. Bisschen rabiat manchmal, vielleicht ein bisschen überwürzt, aber so bin ich selber auch. Bäm oder Buh, die Konkurrenz entscheidet. Ich habe einfach nur ein Brot mit verschiedenen Dips gesehen. Das tut mir eigentlich selbst in der Seele weh. Birgit spendiert Nachschlag. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es der Mega-Burner ist. Stefan auch. Ich bin jetzt gar nicht begeistert gerade. Das ist aber echt... Puh.